Moin Moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Es ist gerade 10.06 Uhr und ich habe gedacht, ich mache mal wieder ein Guten Morgen Video für euch auf diesem Kanal. Deswegen einen wunderschönen guten Morgen euch da draußen. Na, wie habt ihr geschlafen? Also ich habe sehr gut geschlafen und bin geduscht und gleich geht es wieder auf zur Arbeit. Ja, das Wetter ist gerade sehr toll bei uns. Die Sonne scheint und ich denke mal kurze Hose und T-Shirt sind angesagt. Wie ist das Wetter bei euch? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Ja, das soll es auch gewesen sein. Noch mal einen schönen Tag euch gewünscht. Einen guten Morgen. Ciao mit Pfauf, euer Robin und macht das Beste aus eurem Tag.